Hallo und herzlich willkommen bei Bouch Sports Tech. Es freut mich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Falls sich der eine oder andere von euch die Fenix 7 Pro oder Epix Pro geholt hat, jetzt total motiviert ist, ein Intervalltraining damit zu machen, sich aber fragt, na Moment mal, wo kann ich das überhaupt einstellen? Genau für euch habe ich dieses Video erstellt. Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, ein Intervalltraining zu erstellen. Einmal in der App und einmal auf der Uhr, wobei bei letzterer es Einschränkungen gibt, aber das zeige ich euch dann später. In diesem Sinne würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und legen wir los. Schauen wir uns mal die App an. Wie kommen wir zu dem Punkt, wo wir das Intervalltraining erstellen können? Zuerst klicken wir rechts unten auf die drei Punkte und mehr. Danach wählen wir Training und Planung und anschließend ganz oben Trainings. Hier sehen wir weiter unten meine bereits erstellte Trainingsliste. Wir wählen aber Training erstellen aus. Danach klicken wir auf unseren Aktivitätstypen, in dem Fall Laufen. Hier befinden wir uns auf der Trainingsseite. Hier können wir unser Training erstellen. Was wollen wir heute erstellen? Wir wollen ein Intervalltraining erstellen mit 5 x 800 Meter. Die Pace soll 3 Minuten 40 bis 3 Minuten 45 sein und es soll eine Erholungsphase zwischen den Intervallen von 2 Minuten geben. Fangen wir beim Warm-Up an. Wir gehen hinein und können hier natürlich Notizen hinzufügen. Das brauchen wir beim Warm-Up aber nicht. Und dann kommen wir zum Punkt Dauer. Hier kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte mich 10 Minuten einlaufen und danach soll das Intervall automatisch starten. Das heißt, ich kann unten dann die Zeit auswählen, die ich dazu verwenden möchte. Wenn wir noch einmal draufklicken, sehen wir dann andere Faktoren wie eine Distanz. Ich möchte einen Kilometer laufen und dann soll das Intervalltraining automatisch beginnen. Oder ich möchte so lange mich aufwärmen, bis ich die Lab-Taste drücke. Das ist die Taste rechts unten auf der Uhr. Oder ich möchte eine bestimmte Kalorienanzahl bereits verbrannt haben, beziehungsweise ich möchte in einen bestimmten Herzfrequenzbereich kommen. In meinem Fall wähle ich Lab-Taste drücken aus. Das bedeutet, ich laufe so lange, bis ich das Gefühl habe, mein Körper ist aufgewärmt und dann kann ich manuell mein Intervalltraining starten. Weiters unten kann ich noch einen Zieltyp definieren, das ist aber für das Warm-Up nicht erforderlich. Wir gehen also wieder zurück und wissen, wir haben so lange die Warm-Up-Phase, bis wir die Lab-Taste gedrückt halten. Jetzt kommen wir zum blauen Abschnitt, zum eigentlichen Training. Aber wir wollen nicht nur eine Einheit laufen, sondern wir wollen eigentlich mehrere Wiederholungen laufen. Klicken wir rechts auf das kleine x und löschen den Teil jetzt mal raus. Danach klicken wir rechts unten auf Wiederholung hinzufügen. Wie ihr seht, habe ich jetzt nicht nur einen Trainingsteil, sondern auch einen Erholungsteil, sowie links oben die Möglichkeit, die Wiederholungen anzugeben. In unserem Fall wollen wir das Ganze fünfmal machen. Die genauen Kriterien haben wir noch nicht eingestellt. Wir klicken jetzt mal auf den blauen Bereich Laufen. Konzentrieren wir uns auf dem mittleren Teil, auf die Dauer. Wir wollen natürlich eine Distanz. Das passt. Das heißt, wir gehen unten auf Distanz und wählen 800 Meter. Wir korrigieren von Kilometer auf Meter und geben dann 800 Meter an. Somit haben wir unser Intervall mit 800 Meter definiert. Was jetzt aber auch wichtig ist, ist, dass wir einen Pace-Bereich festlegen. Wir klicken auf Zieltyp und haben hier die Möglichkeit, Pace auszuwählen. Natürlich können wir auch einen gewissen Herzfrequenzbereich auswählen, Leistungsbereich etc. Aber für unser Intervall ist Pace wichtig. Anschließend klicken wir noch auf Ziel und geben jetzt unseren Bereich ein. Wir haben gesagt, zwischen 3 Minuten 40 und 3 Minuten 45. Dann müssen wir runterscrollen und dann finden wir das fertig. So, das heißt, wenn wir auf den mittleren Teil schauen, wir laufen eine Distanz von 800 Meter und haben eine Ziel-Pace im Bereich von 3,40 bis 3,45. Jetzt gehen wir wieder zurück. Anschließend fehlt noch die Erholungsphase zu definieren. Wir haben gesagt, 2 Minuten. Wir klicken auf den Punkt Erholung und schauen in der Mitte. Da sehen wir, 3 Minuten sind eingestellt. Das korrigieren wir auf 2 Minuten und schon ist unser Intervall soweit fertig. Was jetzt noch fehlt, ist die Definition der Cool-Down-Phase. Wenn wir hier hineingehen, können wir wieder auf Dauer klicken und dort wieder Distanzzeit etc. angeben. Ich lasse hier Laptaste drücken ausgewählt, denn ich möchte einfach, nachdem ich meinen Intervall abgeschlossen habe, dann gemütlich nach Hause laufen und wenn ich dann zu Hause angekommen bin, das Training beenden. So, unser Training ist fertig eingestellt. Wir müssen jetzt nur noch speichern und dem Ganzen einen Namen geben. Wir nennen das 5 mal 800 Meter und sagen speichern. Wie ihr jetzt seht, ist unser Training in unserer Trainingsliste ganz oben angeführt. Wir wählen es noch einmal aus und klicken rechts oben auf das kleine Symbol mit dem Pfeil. Jetzt wählen wir die Uhr, auf der wir das Training durchführen wollen. In meinem Fall die Phoenix 7X Pro. Und das war es auch schon. Das Training ist jetzt auf der Uhr und ihr könnt damit schon loslegen. Wie ihr das Ganze auf der Uhr findet, das zeige ich euch jetzt. Ihr wählt links oben Laufen aus, das überspringen wir, dass wir zu diesem Bildschirm kommen. Dann klicken wir hier auf die drei Punkte und wählen Trainings aus. Dann, ganz wichtig, eines Runter zur Trainingsbibliothek und hier finden wir alle unsere Trainings. Wir gehen runter und ganz unten finden wir das soeben erstellte Training. Wir wählen dies aus und sagen dann Training starten. Seid ihr jetzt gerade auf der Laufstrecke und habt aber bemerkt, verdammt, ich habe ja gar kein Intervalltraining erstellt, so habt ihr die Möglichkeit auf der Uhr das auch zu machen. Wir wählen wieder unsere Aktivität aus und gehen auf Laufen. Das überspringen wir wieder und gehen ebenfalls auf die drei Punkte. Auch wählen wir wieder Trainings aus. Und hier ist der Unterschied, wir wählen jetzt nicht die Trainingsbibliothek aus, sondern schnelles Training. Hier können wir jetzt unsere Intervalle einstellen. Weiters gehen wir runter auf Strukturierte Wiederholungen und können hier unser Training einstellen. Hier geben wir wieder an, Intervall soll sein 800 Meter. Dann sagen wir Pause soll zwei Minuten dauern. Und Wiederholungen wollen wir fünf. Das können wir bestätigen. Wir wollen eine Warm-Up-Phase, wir wollen eine Auslauf-Phase und wir gehen dann wieder zurück und können dann unser Training starten. Was ich hier leider nicht einstellen kann, ist der Pace-Bereich. Das ist die Einschränkung, die ich anfangs erwähnt habe. Aber als Notlösung, denke ich, sollte das ausreichen. So, und wie das Ganze in der Praxis aussieht, das zeige ich euch jetzt auch. Ich hoffe, euch hat mein Tutorial-Video gefallen. Und falls ihr andere Videos sehen wollt, dann schreibt es mir in die Kommentare und sagt, Stefan, kannst du mir bitte erklären oder ein Tutorial-Video machen, wie man diese oder diese Funktion ausfällt oder aktiviert. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Liebe, bleibt großartig und bis zum nächsten Mal.